hi freunde und willkommen zu einem neuen star wars battlefront 2 video hier auf meinem kanal und zwar der neue community kalender für die transmission ist draußen neue events jetzt noch im februar mittlerweile haben wir jetzt das nachteinsatz event von freitag bis sonntag naja ich bin nicht so ein großer fan von diesem event gucken ob es noch doppelte ep dazu gibt das release datum von anakin skywalker wird verschoben um einen monat also das heißt das ganze erwartet uns dann im märz der auserwählte tja mit dazu sind jetzt gekommen diesen monat ein neuer modus und unter anderem auch ein emote wheel das heißt von euren stormtrupplern oder vom widerstand oder von den rebellen könnt ihr jetzt die ganzen emote in einen einzigen wheel auswählen könnt euch dann das bestimmte dazu rauspicken und ich würde sagen wir legen einfach mal los ich blende euch dann dazu werde ich euch auf jeden fall noch mal ein paar bilder zu einem lemper information und neuer modus und echten neuen modus dazu haben ne gut ja dann kommt das ganze noch das ganze wird noch kommen so wie das emote wheel das erwartet uns alles denke ich jetzt mal ende februar wir sind mal gespannt drauf demnach zocken wir jetzt mal ein bisschen gefecht die verzeihung ich bin ein bisschen erkältet ja und äh anakin skywalker kommt dann halt für die gute seite halt ja wo er noch nicht beeinflusst demnach sollen die bewegungen und der kampfstil auch angepasst werden dass er nicht zu aggressiv ist und so weiter halt ja nice den haben wir noch mitgenommen hat er sich so gedacht aber da hat er die rechnung ohne die gemacht ich bin zwar auch draufgegangen aber das kill habe ich mir wenigstens mitgenommen Kollegen noch geholfen ah verdammter Hund alter von hinten ey guckt euch das an ey egal was soll ich ja nicht schon wieder zum rage ausatmen da habe ich gar keinen bock drauf ja mann diese campenden pussys mann als ob die was drauf haben alter weißt du in der ecke stehen und die leute dann abfangen oder was einfach nur ein assi gameplay vom gegner was anderes fällt mir dazu nicht ein da hätte ich gleich die granate hinwerfen sollen das auch das 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 Alter, richtig wie die Muschis zu dritt aufs Klo, alter. Meine Fresse. Das macht doch schon keinen Bock. Ich weiß gar nicht, wieso die Karten da immer rausgehen. Ich weiß gar nicht, wie die Karten da immer rausgehen. Ich weiß gar nicht, wie die Karten da immer rausgehen. Wir campen den Lackaffen, jetzt kriegen sie das was zu verdienen. Ich weiß gar nicht, wie die Karten da immer rausgehen. Mit ein bisschen Konzentration läuft das Ganze hier doch mal ganz gut. Nein, verdammt. Egal, war doch schon ganz okay. Ja, wenigstens, ein noch. 6 zu 3, jo. War es achtmal draufgegangen schon. Äh, gut, lässt sich in so einer ekelhaften Lobby leider nicht vermeiden. Sie haben Verluste. Wir haben die Hälfte von ihnen erledigt. Wir haben die Hälfte von ihnen erledigt. Wir haben die Hälfte von ihnen erledigt. Nein, verdammt! Was ist die Waffe zu weit noch? What? Wie haben den noch gekriegt? Wie nice war das denn? Naja, gut, das war's. Oder? War das der? Ich glaube, das war der, ne? Naja, jetzt auch egal, wir haben Skill bekommen, das reicht. Ja, Mann, Alter! Gibt's halt noch eine Rakete in den Hintern, ist mir auch egal. Was? Never, Alter! Ja, hol ich den halt mit dem Scharfschützen weg, ist mir jetzt scheißegal. Bin mir ziemlich sicher, dass ich den so kriege. Ich hoffe es mal. Ja, gut, wir haben es verloren. Ja. Egal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wenn es euch gefallen hat. Lasst einen Daumen nach oben da über euren Support. Freue ich mich hier, das war riesig. Hinterlasst Kommentare, die Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Und wir sehen uns dann, bis zum nächsten Mal. Haut rein! Tagebuch Bis zum nächsten Mal.